Politisch verfolgte genießen Asylrecht. Wussten Sie denn, dass die Bundesrepublik in ihrem Grundgesetz etwas ganz Besonderes hat? Nämlich etwas, was kein anderes Land auf dieser Welt hat, den Artikel 16a, den Recht auf Asyl. Kein anderes Land hat in seiner Verfassung das Recht auf Asyl verbrieft, niedergeschrieben. Und dieses Recht ist so wertvoll. Das Recht, dass man Schutz findet vor politischer Verfolgung, vor Verfolgung, weil ich eine andere Hautfarbe habe, eine andere Gesinnung oder weil ich eine andere Ausrichtung habe. Wie wichtig ist das doch für uns alle? Darum Gut, dass die Väter und die Mütter des Grundgesetzes sich das so toll ausgedacht haben. Ein Hoch auf Artikel 16a des Grundgesetzes. Happy Birthday Grundgesetz.